Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tales of Hysteria. So, wir befinden uns in Logren. Boah, denn hier gibt's noch was Neues. Ich hab ein bisschen gelevelt. Also ich lass den Maven mal aus. Ich schätze mal, das könnte sein, dass dann weitergeht mit der Story. Aber wir haben noch nicht alle Steine gefunden. Darum lassen wir das einfach mal. Ich will da nichts Falsches triggern. Darum, boah. So, ja, ich war ein bisschen leveln. Und ich hatte irgendwie zwei Levels oder drei, wenn es gut ging, hab ich, glaub ich, gemacht. Es war dementsprechend sehr mühsam. Oh mein Gott. Auf jeden Fall hab ich jetzt eine Segensstufe hier von zwölf. Ich habe alle meine Sachen hier reingesteckt, um die Gabe ein bisschen zu erhöhen. Ähm, ja. Ihr seht da... Oh, Heilung. Heilung, dieses Ritual ist nur sorgsam gepflegter Ausrüstung vorbehalt und versieht das Objekt mit einer Segnung des Herrschers des Landes. Wenn du die Wohltat Heilung erlangt hast, kannst du an jeder Stätte eines Herrschers des Landes ausrüstung Heiligen auswählen. Oh, kann ich schon irgendwas? Nein. Ja, die Waffe braucht eine Stufe von 10. Dann kann ich hier heilen und dann kann ich, glaub ich, ich hab mal ein bisschen darüber gelesen im Spiel, da kam so eine Nachricht, dann kann ich, wenn ich die Waffe auf plus 10 habe, kann ich auch mit anderen Waffen schmelzen. Das ist cool. So, äh, ich hab hier Gegenstände jedes Mal, ähm, hineingestopft. Und ihr seht, ich hab fast gar nichts mehr, aber dafür arbeite ich an der Segenstufe von 12. Und, äh, ich kann jetzt zwei Normans einsetzen und die Gegnerlevel sind jetzt 19 mehr. Aber, damit ich mir keine Falle einsetze, nehm ich das jetzt lieber mal wieder raus. So, Gabeneinstellung. Ich hab hier, äh, schon sehr viele Gaben freigeschaltet. Hohohohoho. Aber, ja, Settender Schatz, höhere Objektverluste von den Gegnern, Heiligung, das ist eben das mit der Waffen, heilende Luft, einfach so. Ich hab mir gedacht, okay, ich nehm das Zeug mal rein. So, gut. Oh, man könnte vielleicht mal reden. Okay, er erzählt immer noch das Gleiche. Schade, aber, oh, ist halt so. So, was ich noch gemacht habe, ich hab hier noch alle Items gekauft, die er gerade gehabt hat, der Kleiderwursche hier. Ich schätze mal, dass es wieder was Neues gekommen. Genau. Oh, 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 oh. Ja, ihr seht, mein Geld geht langsam ins Minus. Aber, ich hab hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich so entdeckt habe. Und, das hier ist eins, ein seltsames Volkskunst. Eine seltsame Volkskunst. Joa, schau mal. Das ist eine lustige Sache, die sie hier haben. Eine Kugel, in der Kugel. Oh, du siehst oft im Norden. Es ist Folkart. Hm. Hm, du denkst nicht? Vielleicht ist es, dass es die Beziehung zwischen Seraphim und Menschen symbolisiert. Woah, uh, ich würde es nicht überlegen. Aber, sie haben speziell gewählt, diese gewaltige Konfiguration. Da muss man einen Sinn darin sein, nicht wahr? Hm, sicherlich. Also, was würde ich sagen, dass es bedeutet, dass ein Mensch in einem Seraph, ein Seraph ist? Well, vielleicht ist es, vielleicht ist es die Persönlichkeit in jedem Seraph, ein Seraph? Aber, von was? Ein Pid ist ein Seed? Ein Zeichen der Rebirth, vielleicht? Aber dann, warum ein Plum? Wahrscheinlich, einige blöden im Frühjahr, aber... Hm. Ich beginne, warum du hier mit unserem Junge möchtest. Ich weiß, richtig? In einigen Fällen ist er sogar mehr purer als Sarei. Suche rieche Philosophie. Sehr profond. Hm, 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 okay. So, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Äh, in den Lasttumbell sollte doch was sein, am Speicherpunkt. Da gibt es auch noch solche Sachen, aber bevor ich mich dort hinbegebe, ich glaube, ich müsste mal was essen. Hm, weil, ja, ich hatte mal eine Nachricht. Oh, ich habe Hunger. Erreiche die maximale Treffenzahl, Zähler von 75? Ja, ich hatte, glaube ich, einmal 91, aber mehr auch nicht. Ich erreiche den Maximalschein von 10.000 oder mehr. Er ist dann, egal, bei uns von 75? Hm, 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 nee, 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 nee. Hyperc, oh, okay. Habe die Giftwürme vergiftet, stellt 65% der Kappe wieder her. Ja, das solch wäre eine sehr gut gewesen. Weil ich bin sehr allfällig gewesen. Warum hat sie... Rose, ist die Injurie, die du von ihm bekommst, beginnt zu schmerzen? Oh, nein, ich bin total gut. Nein, ich bin total gut. Es ist einfach sehr schmerzend, mich zu schmerzen, wenn ich so schmerzen bin, wenn ich so schmerzen bin. Nein, was wirklich schmerzt ist, dass er so etwas tun würde, ohne Hesitanz zu schmerzen. Und plus... Simone's Reaktion. Ja. Sie Illusionen sind wirklich etwas. Sie sind ziemlich ungewöhnliche. Aber es gibt etwas ganz anderes über sie. Sie ist nicht verletzend. Sie ist nicht verletzend. Sie ist verletzend. Oder eher, wie sie tief in ihn von der Böden von ihrem Herz. Aber wie kann sie? Wenn sie schmerzt hat, sie schmerzt. Wie kann sie ihn so vertrauen? Sie wissen, dass sie das答案 ist. Aber Simone bleibt ein Seraph während der Willen von Heldolf. So viel ist wahr. Also was wirklich gefährlich ist, ist, wie pure sie eigentlich ist. Sehr ironisch. Ja. Ich fühle mich heute ein bisschen schmerzt. Ja. Da gibt es keine Schmerzen der Dinge, die wir tun müssen. Jetzt haben wir die Erde in Historia, und die Storyteller, die wir auch tun haben. Die Welt, in der wir leben, ist full von secreten und mysterie. Ich verstehe dich. Es ist wirklich frustrierend, sich in den Augen zu verletzend und in den Augen zu verletzend. Ja, aber das ist nicht so natürlich? Was bedeutet das? Es ist nichts, sondern secreten in der Welt von Merchern. Die Markt, die Gälde Regeln, die Netzwerke, die Konfeierungen, all kinds of things you can't say in Bid-Riggings. Oh, so viele Geheimnisse. Gefallen mir. Ja. Geheimnisse sind dazu da, um gelüftet zu werden. Yay. So. Gut. Ähm. Wir nehmen noch mal das gesunde Hühnchen, ich schätze mal. Äh. Okay, das war's. Äh. Sehr schön. Gut. Dann, nächster Halt ist dann... Oh. Lastonbell. Genau. Denn da gibt's doch irgendwas Schönes. Hm. Wir könnten eigentlich noch... Hm. Ja. Wie gesagt, Bavin, dann lassen wir mal aus. Und... Ja. Wir porten uns mal nach, äh... Lastonbell-Kunsthandwerk-Stadt. Ähm. Nicht ins... Obwohl... Ah. Gehen wir mal ins Gasthaus. Wir könnten da noch mal was essen. Vielleicht gibt's da was Neues. Auf jeden Fall, sie hat irgendwas. Hallo. Willkommen in Guastas Rand jetzt. Nachdem die... Nachdem der Regen endlich aufgehört hat, gehen die Geschäfte wieder etwas besser. Also empfehlen wir, möglichst frühzeitig zu buchen. Haha. Niemals. So. Hier gibt's noch was anderes zu futtern. Carbo. Marbo-Curiebrötchen. Haha. Nein. Nicht schon wieder. So. Was haben wir denn hier? Wir nehmen einfach mal dieses gewürfelte Schweine-Lauch. Okay. Hier gibt's auch nichts mehr. Schade. Aber... Boah. Man kann nicht alles haben. Gut. Hier gibt's aber noch was anderes. Und zwar hab ich jetzt ein Problem, dass hier nichts ist. Und wenn ich jetzt rausgehe... Und dann Richtung links abbiege... Komm schon. Geh runter. Danke! Ich liebe dieses Wetter. Ach, nö. Bei uns schneit's gerade wieder! Eäh... Der April, April. Der macht was er will. Und ich bin gerade falsch gelaufen in diesem Spiel. Hm. Ihr seid eu-... Ja. Ihr seid sie-. Ihr seid euch ja daran gewöhnt, dass ich mich jedes Mal verlaufe. So. Oh. Gibt's hier noch was? Hallo? Nein. Also bei dem Knaben habe ich auch noch mal alles gekauft. Und jetzt hat er schon wieder alles. Oh. Ich lasse das. Nein, 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 nein. Ich mache das jetzt nicht. Ja. Okay, so. Da oben, bei diesem Speicherpunkt gibt es nämlich noch was. Und zwar... Kaum schon, kaum schon. Immer schön laufen. Genau. Maltran. Die Walküre. Das ist ja Alishas Kollegin da. Und glaubt sehr an sie. Ich wusste nicht, dass Maltran's fame sogar in Rollins ist. Das ist so großartig ihre Erwartungen sind. Well, das und sie kind of stickt aus, nicht wahr? Entstanden. Sie und ihre Pupil sind. Sie sind total aus dem gleichen Klauch. Huh? Du sagst Alishas und Maltran? Wir denken, sie sind polar opposites. Seriously? Ich habe sie beide immer wieder, wenn ich bin in der Palace, aber... Sie sind beide so, wie... Crap, how can I put it? Uptight, fervent, committed? I can kind of get that. Right? That's why it all clicked, when I found out they were teacher and student. We always hurt the ones we love the most. Huh? We do? Why? No reason. It just popped into my head. Oh, da geht's noch weiter. Maltrans Vergangenheit nach der Enthüllung. Nach der Enthüllung, okay. So, Maltrans fellow knights turned into Hellions and attacked her. Were they jealous of her fame and exploits? People tend to resent those who excel, even if they may be allies. That's even how military officers lose their lives on the battlefield sometimes. That's just brutal. But Maltrans is alive, right? I wonder what did happen. That might have been the moment she herself turned Hellion. Or, she could have been one from the start. We don't know the exact source of her malevolence, but we do know she has extraordinary combat skills. Indeed. It could be that the malevolence she emitted intensified that of the surrounding area, causing her fellow soldiers to become Hellions. It's a chicken and egg scenario. Won't do any good to ponder it. Either way, Maltrans was already a Hellion when she first met Alicia. I imagine it will be hard on Alicia when she finds out. Sheesh, letter from Debbie. She wants her Downers back. Come on. That means Alicia spent all those months next to a super grody Hellion and yet she didn't absorb a lick of malevolence. How awesome is she? That's right. We get a think positively. Damn straight. Chicken, egg. It's all the same when you've got it down. I... I think that's still positive. It is doch alles das gleiche wie beim Huhn und beim Ei when we're so essen. Ja, man schluckt beides runter. Okay. Anscheinend ist es auch in der Hauptstadt zu Unruhen gekommen und hier ist noch niemand verhaftet worden. Ich weiß, es bringt nichts, sich darüber Sorgen zu machen. Aber ich frage mich doch, was aus diesem Land noch werden soll. Es wird untergehen. Ich hab jetzt gedacht, da ist was Spezielles, aber nö. Hm. Ich habe mal alle meine Kräuter verbraucht und habe sie dementsprechend an einzelne Personen abgegeben. So. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt weiter nach Bendrago. Da müssen wir ja noch hin. Ins Gasthaus Gileone. Sollen wir da vielleicht auch noch was essen? Ich weiß nicht. Hab ich hier einen Normen drin? Nö. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Hm. Wir essen einfach mal was. Ein Steak. Okay, passiert auch wieder nichts. Alles klar, dann haben wir das schon mal abgesichert. Oh, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Ich muss, glaube ich, sowieso noch mal zurück ins Gasthaus. Glaube ich mal. Hm. So. Okay. Und da drüben ist schon was. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, das Zot, der Edelsteinhändler Edelsteine verkauft. Er ist zur Westungsschlucht abgehauen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Westungsschlucht. Sagst du jetzt irgendwas darüber? Welches Westungsschlucht? Nein, ich glaube nicht, oder? Die Heilige ist zu meinem Helden geworden. Ah, was haben wir? Ja. Was sagst du denn hier? Okay. Hm. Westungsschlucht. Ich muss das merken. Westungsschlucht. Ich muss mal aufschreiben, weil ich finde keine Informationen mehr darüber. Westung. Westungsschlucht. So. Ja. Ich habe immer ein Blatt Papier neben mir, um solche Sachen aufzuschreiben. Okay. Also das andere Zeug hier kann ich immer durchstreichen. Das habe ich getan. Das ist schon mal gut. Okay. Uh, da vorne ist noch was. Hm. Achso, vielleicht ist er ja gar nicht mehr in der Westungsschlucht. Hm. Das heißt, Zot wäre nicht aus der Westungsschlucht zurückgekehrt. Ich finde das, finde er es idiotisch, dass er nach Irisstein gesucht hat. Wenn man sich unauffällig verhält, kann man mit ehrlicher, harter Arbeit genug Geld verdienen. Ja. Ist klar. Ist klar. Und sonst gibt es ja gar nichts. Darum gehen wir einfach mal weiter. Hm. Ich glaube, wir haben ja noch was mit Säge. Das heißt, da vorne könnten wir eigentlich gerade mal reinlaufen. Schauen wir mal. Oh, da vorne ist ein Stern. Gut. Und sonst noch was? Da vorne ist ein Stern. Der hier hat noch was. Hallo. Oder sie. Hm. In den letzten Tagen gab es eine regelrechte Flut von Morden und die Verwandten sind in heller Aufruhr. Alle Opfer waren arme Menschen und das Land muss sich einer Periode der Instabilität stellen. Das werden die Leute einfach nicht mitmachen. Sie wissen, dass alle Morde nach Einbruch der Dunkelheit verübt wurden. Aber sonst gibt es keine Anhaltspunkte. Ich würde nachts nicht mehr ausgehen. Man weiß einfach nicht, was passieren wird. Weißt du? Oh. Es passiert der Tod. Paranoia macht sich langsam breit. Paranoia macht sich langsam breit. Aber was soll ich tun? Was kann ich was kann irgendjemand tun? Ich kann alles duholen. Ich war das auch regeln. So. Mal wie das bei Sergei waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich bin ja schon. Ja. Und sie haben eine einzige Beide. calm dich. Wir machen uns das gut um zu finden den Culpritten. Aber das bedeutet nichts wenn du ihn nicht kannst. Es gibt einen Verrücker auf dem Leuch. Ich verstehe deine Frage, aber bitte nos信. Ich versuche auf meine Honour zu finden den Culpritten. Huh, rumour has it you have your eyes on a different kind of honour. Isn't that right, Captain? Starting to butt into politics more, aren't you? So that's what this is about. Of course, political power is more important to you than citizens' lives. No, I would never do such a thing. Everyone, the affair with Cardinal Fortin is still under investigation, and the knights are shorthanded as a consequence. These knights are only human too. Please, don't judge them so harshly. Wahre Worte, auch die Ritter sind Menschen. Thank you so much for your kind words, Father Amathor. Humans are weak, and we must all acknowledge that evil lies in the people's hearts, especially those who allow themselves to fall to their own arrogance. Indeed. We are weak creatures, but that is all the more reason for me to work harder. As expected of Captain Sergei, salvation shall come your way when you are in need. I do apologize, but such is the situation. I must go join the search squad. I wonder, could Hellions be behind all these murders? Let's check it out. Ja, ich habe mal das Outfit von Miklion mal geändert und, ähm, glaube sonst noch was. Bei Edna habe ich es, glaube ich, auch geändert und Rose sollte eigentlich immer noch gleich sein. Leila auch, Safit auch und Surrey auch. Boah! Also, hier gab es noch mehr. Äh, oder? Was hat sie denn hier gesagt? Hm, wir sollten uns um die Morde im Pendelon kümmern. Ja, da sollten wir Mörder jagen den Leuten eine heilende Angst ein und ich spreche aus Erfahrung. Ich bin sicher, dass es unzählige, äh, wäre Gerüchte gibt, aber wir könnten trotzdem ein paar nützliche Hinweise bekommen, wenn wir uns ein wenig in der Stadt umhören. Haben wir schon getan. Wir wissen, dass es in der Nacht passiert und, ja, bevor wir jetzt noch weitergehen, wenn wir schon hier sind, gehen wir mal hier rein und vielleicht gibt's noch was. Nö, äh, gibt's nichts. Hm. Da vorne ist so ein Händler. Was macht ein Händler hier drin? Sehr gut. Ich sorge dafür, dass die Männer alle Waffen erhalten, die sie brauchen. Es wird schon eine Weile dauern, bis wir unsere schwindelnden Bestände aufgefüllt haben, aber ich bin sicher, dass wir rechtzeitig liefern können. Okay. Oh. Der muss wohl Waffen liefern. Sehr cooler Job. Waffen liefern. Hm. Waffen töten keine Menschen. Nur Menschen töten andere Menschen. Ja. Oh, da ist ein neuer Stern aufgetaucht. Hallo. Naja, wir wissen, dass die Diebstähle immer nachts passieren. Was ich hier doch nicht verstehe, ist, wieso... Wieso sie immer noch keinen einzigen Hinweis gefunden haben. Es klingt, wie das Hellion ist nocturnal. Lass uns warten, bis die Nacht fallen. Something just doesn't feel right. What is it? How should I know? It's just a gut feeling. Ja, es passiert nachts. Und, äh, ja, ich schätze mal, wieso sie da nichts herausfinden könnten oder konnten, war, dass es ein Hellion ist. Und Hellions werden halt von Menschen nicht gesehen. Das wird wohl der Grund sein. So, und was hat vielleicht die Schreinkirche wieder... Das wird der... Okay. Vielleicht hat ja irgendwas die Schreinkirche schon wieder mal damit zu tun, wie jedes Mal. Und wir müssen ja noch irgendwas herausfinden von den Heiligen. Das heißt, vielleicht finden wir ja hier drin irgendwas. Aber der hat schon mal nichts Neues. Das ist immer noch das Gleiche. Aber wir treten mal ein in die Kirche. Oh, da vorne ist was. Cool. Okay. Ich hab mich nicht geirrt. Hm. Welches Wunder, wie es eigentlich aussieht mit den Törtels. Wir müssen ja noch alle Törtels finden. Die persönlichen Lebenswege der Priester und Nonnen der Kirche. Eure Interessen. Freut mich. Die Aufzeichnung befindet sich in diesem Büchengregal. Ihr könnt sie euch jederzeit ansehen. Ich selbst habe mich an vielen Abenden im Kerzenlicht in ihren grenzenlosen Wunder verloren. Okay. Wir haben ein Büchengregal. Wir müssen das leider lesen. Die Bischöfe waren immer sehr dankbar für die Unterstützung. Sie sagen, dass die freundlichen Gedanken und die Ergebenheiten Mautelis sich erreicht haben. Nee. Blöder Mautelis. Wo bist du? Ähm. Die Frage ist jetzt nur... Ach so. Ich muss prüfen. Hallo. Oh, ich wollte prüfen. Enid Forton. Die Älteste der Forton-Schwestern. Eine freundliche und fröhliche Nonne. Sie hatte sich auf eine Beziehung mit Pater Eric eingelassen und brachte ein unehrliches Kind von ihm zur Welt. Beide wurden aus der Kirche exkommuniziert und in das Dorf Horse am Rande des Safgottmors verbannt. Hm. Roden Forton. Roden Forton. Die mittlere der Forton-Schwestern. Eine Nonne, die ihrem Dienst an Gott stets mit Leidenschaft und den Gaben nachging. Einige Mitglieder der Gemeinde bezeichnen sie auch als Heiliger. Sie unterstützte das Lande... Landgewinnungsprojekt... Oh Gott. Im Häftlingstausch von Siede der mit einigen Gläubigen dorthin um. Für weitere Informationen zum Landgewinnungsprojekt... Landgewinnungsprojekt bitte eine andere Quelle konsultieren. Runete Forton. Jüngste der Forton-Schwestern. Also gibt es drei. Eine regelbante Nonne mit reichem Wissensschatz. Wissensschatz. Machte sich einen Namen als Reformiererin der Kirchenpolitik und Finanzangelegenheiten. Nach dem Verschwinden vom Papst Marseille drauf, vollbrachte sie ein paar Wunder, die dazu führten, dass sie zur Kardinalin gewählt wurde. Hinweis. Die Heimatstadt der Forton-Schwestern ist das Dorf Fortran. Jenseits der Glyphidsenke. Uh. Glyphidsenke. Da muss ich mal aufschreiben. Glyphidsenke. Sehr schön. Okay. Das Dorf ist extrem arm und es wird vermutet, dass die Schwestern praktisch dazu gezwungen waren, in den Orten einzutreten, damit weniger Münder gestopft werden müssten. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Die beiden Medusen-Tippen Heleons sind... Sie sind wahrscheinlich die Kardinal Forton-Schwestern. Sie sind sicher? Sie sind sicher, dass es zu viel coincide ist. Na ja, nur die Wahrheit zu lernen ist, dass die Heleons selbst fragen. Aber wie? Wenn wir richtig sind, dann glaube ich, dass sie zurückgekommen sind. Sie sind sicher, dass sie ihre Stadt zurückgekommen sind. Sie sind sicher, ja. Ja, nur ein Hunch, based auf wie die Menschen denken. Na ja, es ist nicht unmöglich, psychologisch zu sprechen. Ha! Die Hälfte-Logik ist besser als keine Hälfte-Logik. Und Rose's gut hat uns noch nicht geholfen. Aber wir können nicht da jetzt gehen. Die Glavine Basin ist jetzt abgelöst. Also, wir müssen uns festhalten und warten, um eine Möglichkeit zu warten. Ähm, das bleibt wohl so lange da, bis wir das Zeug auch beendet haben. So, gehen wir mal weiter hinein. Oh, 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 oh. So, wir müssen anscheinend zur Cliffe zänken. Wir kommen aber leider noch nicht hin, weil es, ja, ist geschlossen. Ja, kommst du nicht durch. Jetzt ist noch die Frage, ob hier noch etwas Spezielles noch ist. Na, ich muss mich mit dem Herrscher des Landes unterhalten. Oh. So, ich würde mal sagen, das war schon mal wieder für diesen Part. Es war leider kein richtiges Erfolgserlebnis dabei. Außer, dass wir halt ein bisschen mehr gelesen haben. Ein bisschen mehr von der Geschichte oder erfahren haben, was wir machen müssen. Oh, oh. Zum Beispiel müssen wir eine Cliffe zänken. Und in der Westungsschlucht muss auch noch ein Igerstein sein. Yeah. So, aber zuerst würde ich mal sagen... Also, ja, stimmt. Schon gedacht, hier passiert was. Aber nein. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zum Gasthaus und... Äh... Schlafen da mal eine Runde, Weil in der Nacht passiert halt einige Dinge, die sehr komisch sind. Und ich schätze jetzt mal... Hier gibt es nichts weiteres, was wir in der Stadt noch... Triggern könnten. Da auf jeden Fall nicht. Okay. Dann können wir das eigentlich so belassen, wie wir gerade stehen und gehen ins Gasthaus. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Zuerst gehen wir mal ein bisschen schlafen hier. So, Leute. Ich danke mal fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tales of the Staria. Noch einen schönen Tag wünscht euch der Teard. Wir sehen uns beim bisschen nach Nine. Und da oder bin ich das them twice ein bisschen дальше? Davänd extraordinary.